Quanz, man sieht voll, dass du Controller fährst, du versuchst, es nicht mal zu verstecken. Hä? Wow, Grounds. Versteckte auf mich, alle wissen, dass du Controller. Controller? Echt? Boah, ich dachte, du wärst das besser. Alter, ich sass dir auch gemacht. Zumindest von dir habe ich mehr erwartet. Boing. Erbärmlich. Erbärmlich. Von dir habe ich jetzt mindestens ein fahrler Technik. Grounds, ich empfehle dir aber trotzdem. Rundsicht, ich empfehle dir aber trotzdem auf Lenkrad zu wecken, wenn du das nächste Mal. Ich bin auf, ey. Vollgas! Ich kann nur vier Buchstaben ändern und dann ein Buchstaben-Wort rauskönnen. Ein Buchstaben-Wort rauskönnen. Oh, schuldigung. Ah, doch, 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 doch. Ehrlich, ey? Ich hab's jetzt natürlich gespielt, hab's noch nicht bis zur ersten Kurve hab' das geschafft. Ehh, das war ich aber nicht. Ja, links. Langenspenker, links sind alle im gleichen Rhythmus. Ja, alles. Oh nein. Aber ist das dann die Auszahl für das Vorreifen? Ja, alles. Was ist das? Ist das dann die Auszahl für das Vorreifen? Alter, Sila, hast du jetzt fast den Fette gemacht. Was war das denn? Night. Ich weiß es nicht. Du hast fast zwei Leute getebootet. Und die YouTube-Fan. Ich musste jetzt schon auf den Night und das quasi zweimal auf Klippen drücken. Was macht die da hinten? Stopp. Das hab ich auch wieder gesehen. Warte, da hinten rein. Ja, jetzt chill ich hier, oder? Kick first. Ich wundere, dass wir uns noch zwei Leute hier stehen. Okay. Ich wollte sich breakchecken, aber da warst du eine Vorreifen. Ehh. 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 Was macht ihr hier, Alter? Ich hab gebreakcheckt. Was würdest du machen? Hallo Leute. Na, auch schon da? Knapp. Ja, das hier war gerade sehr cute. Boah, wer ist denn da wieder so langsam hinten? Hä? Hä? Oh, man sieht, dass wir gerade in Settings waren und auf einmal so plopp. Ich hatte aber noch Zeit, alles zu ändern danach. Geil Cola. Oh, ja, ja, ja. Bevor ich geresettet wurde. Geil Cola. Ach, ich weiß noch nicht. Ich hab jetzt keine Reifen. Oh Mann, ey. Ja, ja, ja. Ja, bist du selber schuld. Ach, nee. Aber jetzt nochmal bitte genau so. Und wieder zurück in die Formation Lab gesetzt werden. Oh. Oh, LOLL. Was ist denn los? Das war... Ja, ihr beiden. Gut gemacht. Ey, in meinem Kopf so, Jan. War ein schlechter Start schon so in meinem Kopf. Ja, das war cool. Oh, das war... Mann, Lila. Jo, Fimmel, sowohl wie du mich am Anfang geholt hast, als auch wie ich dich wieder zurückgeholt habe. Das war beides mega. Mega nice. Mega nice. End steht für mega. Du willst den Platz zurück, ich hoffe, du hast keinen Fraud für wen mehr. Leck mich doch. Einer weg, Vorsicht. Oh, hallo Krasinski. Oh, hallo. Da bin ich auch gerade nicht so geschlädert. Oh, Gott, ey. Kalter Reifel. Das ist eine Moodie-Kalte Reifel. Diese Bisszeilen sind wieder warm, ey. Ich habe immer noch nur 82. Ich bin jetzt wieder beim neuen Rammstein-Song. Kalte Reifel. Kalte Reifel. Kalte Reifel. Kalte Reifel. Die Cola ist von mir mega langsam, ich kann nichts machen. Ich muss nur dir eh so schlafen. Hey, 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 hey. Nicht die Wolf-Argumentation, ja? Stell mal dein DHS vor mir an. Genau, Cola bremst immer so früh. Keinig früh, wenn ich in den hinten rein rausche. Ich muss schon irgendwo hin. In seinen Annen. Das läuft meistens Sinn aus. Geht nicht. Ich fand halt immer erneuern, so dass das einzige Sim-Racing-Game, was ich nicht aus dem Cock gespielt habe. Da habe ich schon verschluckt. Ja, das stimmt. Ich habe mich beim Botcock verschluckt. So wie es sich gehört. Ich habe mich beim Botcock verschluckt. Oh, 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 das wird funny. Ja. Und ich gehe wieder dran. Das wird funny frisch, gar nichts. Was hattest du für einen Boxenstop? Einen guten. Geil. Boah, ich finde es immer scheiße, wenn eine Band keine Business-E-Mail angegeben hat oder so. Oh, oh ja. Wenn man irgendwas lizenzieren will. Das war mir nur so ein Standard-Kontakt-Form. Jo, die Mordrate in Frankfurt ist fast doppelt so hoch. Was spielt in Frankfurt? Ja, Frankfurt ist ja auch. Ja gut, Frankfurt ist schon so eine Assis. Zählt da Offenbach mit dazu? Äh, Offenbach ist nicht der Bahrain. Ja. Dann vergleichen wir die Offenbach zu Frankfurt. Ja, Offenbach. Auch weil es auf Bahnhof sieht oder so, dass in Frankfurt nicht so geil war. Ja, aber... Ja, aber... Jeder Stadt hat ihr Problem hier. Ich meine, in Dortmund, in der Norden, möchte man nicht sein. Oder in Duisburg-Marx, wo da ist... oder Berlin. Sound muted. That's a decent start. Gut, gut. Nescar Hit 4 kommt noch. Genau. Oh Gott, bin ich geil! Von 4 auf 1 in Kurve 1, ohne jemanden abzuschießen. Oh, Grid kommt noch. Grid kommt noch, stimmt. Holy shit, das war eines meiner besten Starts. The Outer Worlds kommt noch, aber das habe ich im Game Pass dran. Das kommt im Game Pass. November. Doom Eternal. Age of Empires war ja auch gesagt, ich habe ein Game Pass. Das ist auch Game Pass, was, Fred? Ja, also... Alles Microsoft-mäßige ist Game Pass. Game Pass, ja. Das ist super. Alleine für Gear, das habe ich mir nicht mehr gekauft, aber so ist das halt. Nicht schubsen! Nicht schubsen! Vor allem nicht nur Microsoft-Titel, ne? Ich habe gesehen... Flarewitsch kannst du jetzt auch nicht holen. Ich habe immer gebrauen da, oder? Der war für 4 Euro im Monat, hey! Also, da sind auch sehr viele Bethesda-Titel drin, ne? Perlagerungen. Ich habe mich über den Kanal. Vielen Dank.